Ich war hier in unserer Gegend, alles andere als beliebt. Besonders hasste mich ein Schläger, wie es ihn an jeder Ecke gibt. Duell war unausweichlich, meine Angst entsprechend groß. Und ohne Anflug einer Chance, ging ich auf ihn los. Als er mit mir fertig war, da sah ich ihn fragend an. Ist das alles? 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 Dann bekam ich eine Freundin und ich gab mich seriös. Doch etwas unter ihrer Bluse machte mich nervös. Ich wollte, doch ich hatte keine Ahnung und kein Vertrauen in mein Glück. Dann ließ sie meinen Drachen steigen. Jetzt gab es kein Zurück. Als sie mit mir fertig war, da sah ich sie fragend an. Ist das alles? 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 Ich dachte, ich muss sterben, als sie mich verließ. Ich dachte, ich muss sterben, weil mein Vater mich versteht. Und als mein Chef mich raus war, weil ich faul war, wie es hieß. Doch zum Sterben geht's mir einfach noch nicht mies genug Oh, no, no Ist das alles? 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 Dankeschön.